Hallo, mein Name ist Erik Nisius. Ich darf hier im Sommer bei unseren Karl-Mai-Festspielen in Mürschied den Winnetou spielen. Heute geht es mir darum, dass ihr uns helft und zwar unserem Vereinsgründer Arndt zu helfen, mit Blutkrebs fertig zu werden. Schön wäre es, wenn ihr am 16.02.2020 nach Weiden ins Bürgerhaus kommt und zwar von 12 bis 16 Uhr. Einfach nur Stäbchen in den Mund und eine Speichelprobe abgeben und schon könnt ihr Arndt und ganz vielen anderen Menschen helfen. Danke.